Jetzt will ich zur Abwechslung mal wieder Battle Royale spielen. Mit einem Team. So. Battle Royale. Ranked. Aus. Ich lasse es mal mit Ranked aus. Ich hoffe, ich nehme auf. Naja, ich werde schon Neffen eingerückt haben für die Aufnahme. Ich hoffe es. Bereite vor Reise zum Server wird initialisiert. Der Kauf und Verkauf von Epic-Konten verstößt gegen unsere Regeln. Verhalte dich nicht auf eine Weise, die zu einer Sperrung führt. Also, ich habe kein Team. Noch nicht. Bin ich hier Solo? Ich hätte ganz gerne ein Team gehabt. Oh, ich wollte ein Team. Ich muss da wohl was noch umstellen. Oder habe ich den falschen Modus ausgewählt? als reverber! Sooo, ganz gemütlich runter. Da ist schon der Nächste. Oder der Erste. Oh Gott. Nimm irgendwas. War das eine Waffe? Das war keine Waffe. Ich versuche ganz grob in die Richtung zu laufen, aus der er hoffentlich also in der gegengesetzten Richtung von ihm. Das meine ich. Ich muss wirklich mutiger sein, was den Start angeht. Ich darf mich nicht so einschüchtern lassen von der Tatsache, dass da noch andere Leute in der Nähe landen. Okay. Wenn du unbedingt willst. An mir soll es nicht liegen. Moment, ist das eine... Das ist eins, oder? Nein! Das ist eins. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Keine Zeit, um drüber nachzudenken. Das bringt nicht viel. Monition ohne Waffen bringt auch nicht so viel. Hier ist es nicht so, oder? Shadow Auftrag. Ich will keinen Auftrag, ich will Munition. habe ich da was gesehen, denn du? Zapf angreifen. Nein. Kaufen. Automatisch. Habe ich hier eine Waffe gekauft? Ich glaube ja. Gut. Danke. Jetzt muss ich nur versuchen, mehr Munition zu finden und bessere Waffen. Aber das sollte ich mir merken, mit der Waffe da drüben. Mit dem Waffenautomaten. Verbannt. Äh, ja. Gegen das hier. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Kann ich das aufbrechen? Nein. Eine Pumpkin. Nehme ich. Ich muss echt mal schauen, was die Consumables machen. Also, falls das Consumables sind. Diese Dinger hier. Flauberry. Ich muss mir das aufschreiben und nachschauen. Einzug. Hier ist nicht viel. Ich sollte das Auto nehmen. Vielleicht. Vielleicht. He he! Okay, wo ist der hin? Hat er Angst bekommen? Von mir sollte man sich eigentlich nicht fürchten. Tödliche Schrotflinte. Ich denke immer, da könnte was drin sein. Das ist nur Obst. Okay, wo wird geschossen? Ich lass sie erst mal. Ich lass sie erst mal schießen. Ich kann mich hier ein bisschen umschauen. Geh aus dem Busch raus. Ranger-Pistole vielseitig. Munition. Nehmen wir es. Medi-Kit. Besser als das hier vielleicht? Keine Ahnung. Ah, ja. Ich mach das mal. Vielleicht ein Fehler, aber ich mach's. So, mobiles Ballon. Nimm es. Nimm es. Wieso nimmst du es nicht? Hab ich ein Lag? Achso, ich hatte die falsche Waffe ausgewählt. So, jetzt aber. Ich mache das mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ne traurige Art zu sterben. Aber das da ist ein Schild, oder? Nimm es! Ach gut, dann nimm es eben nicht. Dachtest du, du hättest schon gewonnen, was? Nur weil ich zögerte. Nimm es! Gut, ich brauche die Kiste drüben. Die hier. Nehmen sie. Sehr gut. Wurde ich beschossen, oder was war das? Schöne Waffe, wahrscheinlich. Wobei die hier auch nicht übel ist. Feuerschutz, mobiles Ballern. Hm. Ich bin sowas relativ zufrieden mit dieser Waffe. Auch wenn sie lila ist. Manchmal können Sachen selten und gut sein. Was war das? Mir fehlt das halt ein bisschen, dass ich kein Sealedraw habe diesmal. nicht. Okay. 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 Wah. Und achtest du wohl, mein Freund. Hat er ein Schild? Ja, hat er. Ich muss schnell das da aufheben, nehmen. Hat sich nicht schlecht geschlagen im Grunde. Das hier ist meine Lieblingswaffe, hat mich schon auf den Hinten gerettet. In diesem Spiel. Ist das eine Haftmine? Falsche Waffe, aber hat funktioniert. Vielleicht ist sie gar nicht mal so schlecht. Quartz Distanz, Schrottflinte. Ach, hier sollte er außen rum gehen. Kein Grund zur Panik. Der Zug. Ich sollte nach diesem Spiel aber wirklich eine Pause machen. Das ist immer noch die erste Aufnahmesession. Ich muss da lang. Wasserbändigung. Was ist das? Nein, nimm es. Nimm es. Behalt deine Wasserbändigung. Ich brauche ein Fortbewegungsmittel. Er hat mich nicht gesehen. Doch, jetzt hat er mich gesehen. Okay, ich brauche dich hier. Nimm dein größten Truck. Gut gespielt, Kumpel. Sehr gut gespielt. Du warst ein würdiger Gegner. Mit deinen Deckungen und allem. Kann ich noch eins nehmen? Ich will noch eins nehmen. Ich will noch eins nehmen. Oh, ich sollte vielleicht mal abdüsen. Was ist das hier? Lass es, ignoriere es. Es ist nichts, was ich brauche. Also die Schrotflinte war jetzt die paar Mal, die ich getestet habe, gar nicht mal so übel. Hat er mich gesehen? Ich glaube, er hat mich gesehen, ja. War das der Einzige oder hat er noch einen Kollegen? So, was haben wir hier alles. Das ist gut. Das ist weniger gut. Was bedeutet der Kreis? Na, wahrscheinlich nicht viel. Ich denke, das Zentrum wird als nächstes dort sein. Habe ich da drüben was gesehen? Oh, ich stehe hier überhaupt nicht gut. Wo sind alle? Ich traue mich nicht, die Waffe zu wechseln. Ich traue mich nicht, die Waffe zu wechseln. Stehe auf! Oh nein, ich war zu langsam. Noch nicht. Noch bin ich nicht zu langsam. Außerdem weiß ich, wo sie sind. Hä? Habe ich gewonnen? Uh. Hihi. Königliche epische Siege. Lebe länger als alle anderen, nachdem du mindestens einen epischen Gegenstand gefunden hast. Die weniger als 25 Konjunktion haben. Sammle Barren. Gib Barren aus. Mhm. Mit einer Siegerskrone. Ist das nicht null bauen? Ohne zu bauen? Ja, ich baue nicht zu viel. Schöne Runde. Aber das soll wirklich für heute reichen. Zurück zur Lobby. Auftrag abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Überhaupt nicht Eitel. Dieses reaktive Mod zeigt die Anzahl der königlichen epischen Sieger, die du bereits... Aha. Nein, danke. Ich bin nicht zu Drangeber. Einfach weiter und einfordern. Gut. Eine Minute. Begre.